Mein Name ist Sepp Stuthalter, ich bin Präsident der Interessegemeinschaft Voliere Seebach. Unsere Aufgabe ist, Hegen und Pflegen von verletzten Vögeln, Jungvögel, die aus dem Nest gefallen sind, oder junge Enten aufzuziehen und wieder der Natur zu begeben. Junge Maursägler, die abgegeben oder gefunden werden, legt man bei Pflegeeltern ins Nest. Mitglieder geben in Abwesenheit ihre Vögel in die Pension. Dauergäste von Leuten, die nicht mehr selber ihren Vögel kümmern können, pflegen und hegen. Und wenn sie noch jünger sind, suchen wir sich auch eine neue Nester für sie. Was wir noch machen, wir machen ziemlich viele Führungen für die Schulklassen. Wir sind ein Verein und haben über 200 Mitglieder. Werden auch Sie Mitglieder von unserem Verein? Damit tun Sie etwas Gutes für die Natur. Danke.